Stand 1935 Uhr im schweizerischen Basel sind am Mittwoch einzelne Waggons eines INS CE entgleist. Nach Angaben der Bahn sprangen die Wagen des INS CE 75 gegen 17,00 Uhr im Einfahrtbereich des Bahnhofs aus den Gleisen. Der Basler Bahnhof wurde daraufhin komplett gesperrt. Der Zug sei evakuiert worden. Im Bahnhof von Basel ist ein in Hamburg gestarteter INS CE entgleist. Das bestätigten die Schweizer Bahnen SBB sowie die Deutsche Bahn DB. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwoch niemand. Drei Waggons seien aus den Schienen gesprungen, teilten die Schweizer Bahnen mit. Ein Fahrleitungsmast sei beschädigt worden. Laut einer Twitter-Meldung der Deutschen Bahn sind einzelne Wagen des INS CE 75 im Bereich der Einfahrt des Bahnhofs aus den Gleisen gesprungen. Bei dem Zug handelte es sich nach Angaben der Online-Auskunft der Deutschen Bahn um einen Intercity Express, der am Vormittag in Hamburg losgefahren war und um 18,00 Uhr Zürich erreichen sollte. Wie die Schweizer Nachrichtenagentur SDA unter Berufung auf die SBB berichtete, wurde der Basler Bahnhof am späten Nachmittag komplett gesperrt. Der Zug sei evakuiert worden. Am 1. Mai war auch am Dortmunder Hauptbahnhof ein INS CE entgleist. Dabei wurden mehrere Weichen zerstört. Bei dem Unfall waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Reparatur der Gleise hatte mehr als drei Wochen gedauert. Urheberrecht wählten 24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Fahrgäste des INS CE auf der Strecke Berlin-Hamburg mussten am Donnerstag einiges über sich ergehen lassen. Erst ist der Zug defekt im Ersatzzug, dann die Toiletten. Zum Glück hat die Zugchefin eine Idee. Zwei Kräne waren notwendig, um die entgleiste Regionalbahn in Elmshorn nördlich von Hamburg wieder auf die Schienen zu setzen. Nun dauern die Aufräumarbeiten länger als erwartet. Auf den Straßen sieht es auch nicht besser aus. Erste Logistikunternehmen fordern staatliche Unterstützung für die Ausfälle durch die geschlossene Rheintalbahnstrecke und sprechen von Existenzbedrohung. Güterzüge müssen bizarre Umwege über Frankreich fahren. Die Bahn hat beim Bau des ersten Tunnels in Rastatt bewusst auf eine risikoreichere Variante gesetzt. Man fürchtete für den Fall einer aufwendigeren Lösung, dass andere Kommunen auch auf dieser bestehen würden. Die Tunnelhavarie auf der Rheintalbahn hätte verhindert werden können. Doch die Bahn ignorierte frühe Warnungen von Ingenieuren gegen das riskante Bauprojekt aus Kostengründen. Die Ansage kam von ganz oben. Rund 400 Passagiere mussten in der Nähe von Frankfurt am Main ihren ICE verlassen, nachdem Scheiben des Zuges beschädigt wurden. Die Polizei sucht bis zu drei Männer, die offenbar Schüsse abgaben. Die Polizei sucht bis zu drei Männer, die offenbar Schüsse abgaben sind in der Nähe von der Rheintalbahnstrecke und 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 in der Nähe von der R